hallo ihr lieben kreativen herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute habe ich mir wieder mal eine challenge überlegt und zwar ich habe ja zu meinem ersten youtube geburtstag eine geburtstags challenge mir ausgedacht oder haben wir eben gemacht und es waren wirklich viele beiträge dabei und auch wirklich sehr sehr schöne sachen wo ich mir auch ein bisschen inspiration mal wieder geholt habe und das hat mir so unheimlich viel spaß gemacht dass ich hier noch mal eine challenge starten möchte und ich habe mir da was wirklich cooles überlegt und zwar ich bin absolut große disney fan ja ich denke da draußen bei euch gibt es auch den einen oder anderen der echt sehr sehr große liebe zu disney hat und auch zu diesen filmen und ich denke auch jedes mädchen wollte irgendwann auch eine prinzessin sein und ja ich weiß nicht das versetzt einen immer so in die kindheit zurück und gibt immer wieder positive impulse und signalisiert auch irgendwo so ein stück hoffnung und träumen und ja und wie gesagt also die challenge läuft unter dem motto disney und zwar ich möchte dass ihr ein projekt zu eurem lieblings disney film erstellt es muss nicht unbedingt eine karte sein ihr könnt sehr viele sachen machen karten ihr könnt mix media projekte machen ihr könnt was malen ihr könnt auch mini album machen lasst eure kreativität einfach freien lauf oder was auch einfach zu diesem thema passt und ich würde mich wirklich sehr sehr freuen wenn ihr wieder so zahlreich mitmacht und ja es gibt natürlich auch teilnahmebedingungen die teilnahmebedingungen sind eigentlich ganz wie gehabt hier auf diesem kanal ihr müsst 18 jahre alt sein wenn ihr unter 18 jahre alt seid dann müsst oder muss ich eben eine einverständnis erklärung eure eltern per foto erhalten dann müsst ihr den beitrag über die e mail adresse von mir kreative bastelecke at gmx.de ihr findet die adresse noch mal unten in der infobox und ich schreibe sie euch hier einmal noch auf genau müsst ihr ein foto dorthin schicken ihr könnt auch gerne eine collage schicken aber bitte schickt mir immer nur ein foto weil sonst habe ich so ultra viele genau mit dem schicken dieses fotos erlaubt ihr mir dieses foto weiter zu verwenden weil ich würde es ganz gerne einfach auch in einem separaten video allen zeigen was für tolle sachen überhaupt eingesendet wurden dann ist die auslosung per zufall also das bedeutet ihr könnt auch gerne wenn ihr wollt mehrere projekte mir schicken aber es wird euer name eben nur ein einziges mal in den lostopf hinein gegeben was noch wichtig ist bitte schreibt euren namen in die e mail hinein das war es letzte mal auch relativ problematisch weil ich teilweise nur einen kurzen satz bekommen habe wie zum beispiel hier mit mal hier in dem contest von der kreativen bastelecke mit hat mir ein foto geschickt so und ich weiß jetzt nicht was ist dein name oder wie heißt du oder wie kann ich dich zu ordnen manchmal kann man es natürlich schon aus dem aus der e mail adresse herausnehmen aber es ist mir wirklich wichtig schreibt bitte euren vor und euren nachnamen gleich in die e mail hinein ich werde den nachnamen dann bei der auslosung natürlich nicht komplett zeigen ihr seid da wirklich geschützt ja genau der contest startet ab heute oder geht ab heute los und geht bis zum 21 juni wieder gewohnt 17 uhr ist das letzte wo ihr einsenden könnt alle sagen danach werden nicht mehr berücksichtigt und ja meine lieben es gibt natürlich auch etwas zu gewinnen und zwar habe ich diese kleine goodie bag für euch gepackt zusammengestellt wie auch immer darin findet ihr einmal habe ich diese halbperlen selbstklebend in diesen wunderschönen farben die bekommt ihr einmal dann habe ich hier drin ein stempel set und zwar dieses süße lebkuchenmännchen dann habe ich hier drin noch karten und zwar weiß natürlich ein disney contest ist habe ich auch ein bisschen einen bezug zu disney genommen und das sind so karten die gab es mal beim teddy und da kann man die sachen wo ihr vorgestanzt sind könnt ihr herausbrechen und die karte könnt ihr natürlich dann auch noch verwenden hier habe ich jede mögliche position und variation von mickey hineingetan nicht mickey mini meine ich und hier vorne das ist der einzige schriftzug wo draufsteht miss mini und hier diese zwei blumen dann findet ihr in diesem paket noch ein paper pad das kennen vielleicht auch einige von euch und zwar ist es ein 15 15 15 x 15 cm designblock in dieser kraft optik und das hat auch eben dieses thema mini maus fand ich auch sehr passend und jörg genau also den kriegt ihr hier eben noch mit dazu und dann habt ihr noch ein karten set und zwar dieses hier da sind zwölf stück drin sind auch in dieser kraft optik mit so einer silber folierung drauf hier seht ihr wenn mein handy scharf stellt jetzt hat so ein bisschen die ja karten grundlagen oder halt diese design und was ich auch ganz cool finde ist dass die passenden umschläge auch gleich mit dabei sind und ja meine lieben das ist dann der gewinn von meinem disney contest wie gesagt ich hoffe wirklich dass ihr zahlreich mitmacht und ich freue mich jetzt schon auf eure projekte und ja meine lieben in dem sinne wünsche ich jetzt einen wunderschönen tag lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder tschüss